Das finde ich ja richtig. Nö. Ja, das ist glaube ich einer. Ja. 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 Und die letzte Stufe. Ja. 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 Hallo. Ja. Du dumme. Ja. wert im vergleich zu ihrem von die tatsache dass du einen ein paar den christel von zurück und tag ihr bekommen hast war sehr verdächtig ich habe etwas im auge und wird sein paradien wenn auch noch nicht sehr lange deshalb muss seine ehrlosigkeit hart bestraft werden in der verräter hiermit verurteilen verurteile ich dich zum tode dein körper soll ich hier in der wüste verdorren alter der glaubt aber auch alles was man ihm erzählt auch ja Okay. Ja, gut, das hat er wohl nicht geschafft. Wie kann das sein? Ich bin ein viel besserer Schwertkämpfer als du. Du bist ein nervöser Tor, YinLins. Nichts weiter. Die Aufgabe eines Paladins ist es nicht, seine Stellung oder Ehre zu verteidigen. Das war ein Assassiner des Skorpionstachels. Skorpionstachels, ein gedruckener Mörder der Republikaner. Sie haben keine Verwendung mehr für dich und wollen dich auf den Weg räumen. Ebenso wie den freien Paladin, der schon zu viel weiß. Lügner, du bist doch der Verräter, der mit den Republikanern im Bunde steht. Begreifst du es denn immer noch nicht? Du hast schon immer so gut, glaube ich, was deine Tugend und gleichzeitig deine Schwäche ist. Die Informationen, die du erhalten hast, wurden dir alle von den Republikanern zugespielt. Die Paladiner, die dich begleitet haben, waren ebenfalls Schergen der Republikaner. Ja, YinLins, du hast die ganze Zeit über nach der Pfeife der Republikaner getanzt. Wie? Was? Dann bist du gar nicht der Verräter? Ich habe dir Unrecht getan. Schwach, das ist jetzt nicht wichtig. Du bist schwer verwundet und brauchst Ruhe. Kümmer mich um den Garde, Hauptmann. Mach dir keine Sorge. Deine Wunden werden schnell verheilen. Ziel sicher und unbeirrbar gehst du den Weg des Paladins. Vielleicht war dir selbst doch nicht bewusst, wie weit du auf diesen Weg gekommen bist. Doch hier und heute hast du wahre Größe gezeigt, Paladin. Ich verlasse mich darauf, dass du auch in Zukunft dem Garde, Hauptmann zur Seite stehst. Er braucht jemanden wie dich. Also die Quests gehen verdammt schnell. Kann man sagen, was man will. So, und danach muss ich einmal gucken, dass wir auf 50 kommen. Das könnte jetzt nämlich ein bisschen dauern. Ich habe dir großes Unrecht angetan. Es tut mir schrecklich leid, dass ich die Fähne schlicht beschuldigt und mein Schwert gegen dich erhoben habe. Ich wurde selbst betrogen, aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Kannst du mir trotzdem verzeihen. Ich habe mich zwar noch nicht völlig erholt, aber meine Wunden sind ganz gut verheilt. Das Schwimmste ist überstanden. Vor allem bin ich aber erleichtert, dass Dirk Sarkil nicht der Verräter war. Ich habe mich in meinem großen Vorbild nicht getäuscht. Er war und ist so ein aufrichtiger Paladin. Doch offiziell ist er noch nicht rehabilitiert. Und deshalb muss ich als Garde Hauptmann an seiner Stadt die Ehre der Palastware verteidigen. Um unsere Autorität wiederherzustellen, plane ich einen Gegenschlag gegen die Republikaner. Natürlich dürfen wir nichts überstürzen und müssen den nächsten Schritt genau planen. Wenn wir den Republikanern auch nur die geringste Blöße bieten, werden sie uns auslöschen. Doch eine offene Konfrontation werden sie nicht wagen. Lass uns ein wenig ausruhen. Kraft schöpfen und Pläne schmieden. Unsere Zeit wird kommen. Klein Iron sagt, no. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Oh Gott. Fürs erste Mal war ich lecker. Ja, das freut mich. So. Jetzt. Westliches Lanosea. Phantominsel. Bierhafen. Ich habe halt noch nie Käsespätzle gemacht. Noch nie so mein Fall. Und die Adler hat es mir gefallen. Ja. Käsespätzle sind echt geil. Wenn sie gut gemacht sind, natürlich. Gibt ja solche und solche. Macht ja jeder unterschiedlich. Schnell und einfach. Ja. Super lecker. Ich darf noch nicht auf die Phantominsel. Ich darf noch nicht auf die Phantominsel. Ach, scheiße. Und ich kann halt noch nicht fliegen. No. Okay, dann halt Modona. Ich muss ja halt in Modona. Hoffen. Ich war noch nicht in Modona. Ähm. Ich muss halt hoffen. Käsesstörlosen Geriebenen genommen. War lecker. Das glaube ich. Riesenfäller. Rotbruch. Das Schlimmste ist, ja, ich könnte jetzt in Inni laufen. Aber. Nee. Warum ist die Phantomen sind noch gesperrt? I hate it. I hate it. Aber ich kriege es noch nicht mehr fertig, das ganze Ding. Und ich könnte ja trotzdem noch mit Kitty das laufen. Dann. Wenn Kitty wieder da ist. Und ich kann ja auch nicht mehr machen. Ja, ich weiß, ich hätte das Feld jetzt machen können. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Einer von dreien. Okay. Da ist noch einer. Okay. 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 Hmm. Oh, Kitty! Da steht Kleinkitty, hm? Ich weiß, Kitty ist gerade nicht da, aber trotzdem. Liebe Moor. Ist anders da. Okay. Ich könnte hier auch einfach questen. Stimmt, ich könnte hier einfach questen. Hier auch noch eine Idee. Dann ist das in Modona ein bisschen leerer. Bis wir dann irgendwann mal am Ende sind. Oh! 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 Das war's. Fünf brauche ich davon. Oh Gott. Also jetzt noch zwei. Das ist ein aufrechter Olm. Und die normalen. Brauch die normalen. Das ist ein aufrechter. Da ist die 49. Okay. Dann machen wir die zwei Bestiariumsviecher noch. Dann mal gucken. Du fährst dich vielleicht hier schon mal durch. Je nachdem wie viel da noch fehlt. Nein. Lass mich. Oh, die steigen bald. Ein weißes Mini-Maklum. Was ist ein weißes Mini-Maklum? Achso, meinst du so ein Eis? Hier ist es Maklum-Eis. Oder reden wir von was anderem? Oh, die sind geil. Die sind echt geil. Ich will auch wieder Eis essen. Ich will auch wieder Eis essen. So. Mal gucken. Wie viel hier sind. Die Kopra. Das werden bestimmt die Kopras sein. Ich will erst Schoki drumherum. Also ich mache tatsächlich meistens erst die Schoki drumherum. Aber zum Ende hin lasse ich mir dann immer noch Schoki übrig. Damit ich dann noch was habe. Aber oben mache ich anfangs erst alles drumherum ab. Und unten dann noch so ein kleines bisschen. Damit das Beste dann noch zum Schluss bleibt. Oh, ich brauche wieder fünf. Da hat er gerade ein weiches Rüttchen im Gesicht. Hm. Nein. Da werde ich nochmal auf meinem Maklum. Uh, echt? Also die meisten kenne ich nur, die das tatsächlich einfach komplett essen. Oh, scheiße. Ich habe den Ekelkönig doch noch angegriffen. Ja, oh Gott. Oh, Kacke. Ja, gut. Das werde ich wohl nicht überleben. Oh, Mann! Jetzt konnte ich einen Nailer gebrauchen. Ey, ich hab das Viech nur aus Versehen angegriffen. Wir können ja nicht mal meinen Schokobo gegenheilen. Oh mein Gott. Das ist mein Schokobo halt einfach recht hoch. Gut, ich kann's dann nachher nochmal direkt rufen, aber... Jetzt mal vergesse ich's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, kommt schon. Jetzt kann ich wieder hier Fokus drehen. Ich wollte da Viech mich angreifen. Wieso da ich schwitze? Ich überlebe das Ding tatsächlich. Oh mein Gott. Ich hab's einfach überlebt. Ich hab's einfach überlebt. Ich hab's einfach überlebt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott... Oh Gott. Oh Gott! So, wo sind diese Viecher? Nordufer. Da hinten dann. Weil es war nie wo die Zinne. Ich finde die nicht. Ich finde hier nur die Bunsen. Da. Da ist einer. Warum würde ich, dass ich nicht so viel davon brauche? Warum würde ich, dass ich nicht so viel davon brauche? Fünf. Ja, Prost Mahlzeit. Okay. 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 Ich brauche noch drei. Ich drücke sich direkt dann rum. Nee, doch nicht. Das Spiel will mir jetzt ja nicht ernsthaft sagen, dass es nur zwei Stück davon gibt. Und sich die nur nach vorne befinden. Doch, nur das. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Okay. 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 Okay.